Herzlich willkommen zurück. Für dieses Video solltest du bereits wissen, wie man die Stammfunktion einer Polynomfunktion ermitteln kann, die eine bestimmte, gegebene Nebenbedingung erfüllt. Und die Ziele für dieses Video sind, dass wir gemeinsam eine Polynomfunktion aus ihrer zweiten Ableitung rekonstruieren und damit gewissermaßen die Stammfunktion einer Stammfunktion ermitteln. Hier geht es darum, jene Funktion f zu ermitteln, die erfüllt f2' von x ist 18x, sowie f von 0 ist minus 2 und f von 1 ist 5. Wir beginnen Schritt für Schritt mit dem ersten Arbeitsauftrag und zwar ermittle eine Stammfunktion von f2'. Nimm dir dafür ein paar Minuten Zeit, dosiere inzwischen das Video und wir vergleichen dann die Ergebnisse, bevor es weitergeht. Wir wollen nun also eine Stammfunktion von f2', also von der zweiten Ableitung von f ermitteln. Die konkrete Stammfunktion von f2', die wir dann haben werden wollen, wird wohl die erste Ableitung von f, also f' sein. Deshalb werde ich die jetzt auch gleich so bezeichnen und jetzt wollen wir f' oder eine Funktionsgleichung von f' so gut wir können aufstellen. Klar ist, wir können zunächst einfach einmal ableiten, umkehren. Also wir können einmal festhalten, f' von x ist 18x²½ und dann könnte es ja noch sein, dass das Ganze irgendwie grafisch gesehen vertikal verschoben ist. Also es kann hier noch eine reelle Zahl dazu addiert werden. Das dürfen wir nicht vergessen und damit werden wir später uns noch genauer beschäftigen. Jetzt einmal ist klar, das hier ist so gut wir können eine Funktionsvorschrift für die erste Ableitung von f, wir können sie noch ein bisschen vereinfachen und von hier aus nun weiterarbeiten und nun versuchen eine Stammfunktion von f' zu ermitteln. So lautet der nächste Arbeitsauftrag und zwar ermittle eine Stammfunktion von f', nehmen wir dafür wieder ein paar Minuten Zeit, basiere inzwischen das Video und wir vergleichen auch da dann wieder die Ergebnisse. Eine Stammfunktion von f' und insbesondere die konkrete Stammfunktion von f', die wir suchen, ist ja dann genau die Funktion f. Das heißt, ich werde das jetzt auch schon so bezeichnen und wir werden nun versuchen, so gut wir zum jetzigen Zeitpunkt können, eine Funktionsgleichung von f aufzustellen. Zunächst einmal wieder durch Ableiten umkehren. Das heißt, wir können zumindest einmal festhalten, f von x ist 9 mal x hoch 3 Drittel. Das c müssen wir jetzt mitnehmen und naja, da gilt jetzt, wir müssen anhängen plus c mal x, um eben hier entsprechend das Ableiten umzukehren oder die verkehrte Ableitungsregel zu verwenden. Und jetzt könnt ihr auch noch f entsprechend vertikal verschoben sein, grafisch gesehen. Das heißt, auch hier kommt jetzt noch eine gewissermaßen unbestimmte dazu. Das ist das Beste, was wir so weit machen können. Wir können hier noch kürzen und erhalten jetzt diesen Ausdruck hier als Funktionsgleichung von f. c und d müssen wir jetzt noch bestimmen, aber dafür gibt es diese beiden Nebenbedingungen hier. Das heißt, wir müssen jetzt noch entsprechend einsetzen. Das ist der nächste Arbeitsauftrag. Ermittle die Werte von c und d, sodass beide Nebenbedingungen erfüllt sind. Ich nehme dafür noch einmal kurz Zeit, pausiere noch einmal das Video und dann vergleichen wir auch hier noch die Ergebnisse. Also gut, was müssen wir machen, damit wir c und d entsprechend bestimmen können? Im Großen und Ganzen einsetzen, also wir nehmen uns die beiden Nebenbedingungen her und setzen für x entsprechend ein und erhalten dadurch Gleichungen. Wenn wir für x0 einsetzen, erhalten wir sofort, dass d gleich minus 2 ist. Denn wenn wir für x0 einsetzen, fällt hier alles weg und das einzige, was übrig bleibt, ist d. Jetzt haben wir d schon bestimmt. Das können wir in der zweiten Nebenbedingung dann auch schon verwenden. Hier müssen wir für x1 einsetzen. Das geht auch relativ schön. Es bleibt uns dann das hier übrig. Also 3 plus c. d haben wir eben schon bestimmt. Das können wir gleich verwenden. Also statt d können wir minus 2 schreiben und laut Nebenbedingungen soll das gleich 5 sein. Na gut, diese lineare Gleichung können wir jetzt noch schnell lösen und erhalten. c ist gleich 4 und damit haben wir c und d entsprechend bestimmt, sodass alles erfüllt ist, was erfüllt sein muss, für eine Funktion f mit der Funktionsgleichung f von x ist 3 mal x hoch 3 plus 4 mal x minus 2.